Herr Neumann, Sie haben hier gesprochen im Rahmen der vierten PE- und PP-Folientage. Sie haben den Bereich Kaschiertechnologie abgedeckt. Mit über 50 Jahren Erfahrung, fast 50 Jahren Erfahrung muss ich sagen, stellt sich natürlich für mich die Frage, wo sehen Sie im Moment ganz aktuell die Hauptherausforderungen für die Verbundfolienherstellung? Die Verbundfolienherstellung ist ja ein Komplex, der von der Abwicklung bis zur Aufwicklung geht. Und in den einzelnen Stufen der Vorbereitung der Folie zur Beschichtung ist nach der Trocknung natürlich die Kaschierung gefragt. Ob das dann vor der Trocknung die Nasskaschierung wäre oder nach der Trocknung die Trockenkaschierung, heißt natürlich auch das Endprodukt in einer hohen Gleichmäßigkeit in der Verklebung der beiden Lagen zueinander zu schaffen. Und da geht es insbesondere darum, die entsprechenden Folien auszuwählen, die entsprechenden zwei oder drei Walzen-Kaschiersysteme in Anwendung zu bringen mit den entsprechenden Oberflächen, die Walzen zu temperieren, die Antriebe einzuschalten und auf Vor- oder Nacheilung einzuwirken, auf Curl oder auf Verzug innerhalb der beiden Lagen, die zueinander geführt werden. Und da gibt es auch in der Entwicklung der Zulieferanten in Sachen der Breitstreckwalzen oder andere Elemente eine ganze Menge Bewegung auf dem Markt. Und die Qualitäten wären heutzutage in Genauigkeiten ausgedrückt, die man messen kann, die früher eben einfach nicht so zu erfassen waren. Sie haben sehr viele Punkte jetzt genannt und eben im Vortrag ein Spannungsdreieck geschildert. Können Sie uns das näher erläutern? Ja, das Spannungsdreieck, was aus meiner langjährigen Erfahrung sich entwickelt hat, heißt eben, wir sind nicht nur die Technik, sondern wir sind auch die Entwicklung des Rohstoffes und wir sind auch die Entwicklung der Technologie. Und das zueinander zu bringen, heißt, frühzeitig die Fragen zu stellen, können sich dann in Anbetracht der höheren Maschinenlaufgeschwindigkeiten, der größeren Arbeitsbreiten oder der weiteres besseren und höheren Genauigkeiten nicht schon frühzeitig diese Wechselwirkungs- bzw. auszugreifen und weiterzuentwickeln. Wenn Sie einem Kaschierer einen Rat geben sollten und Sie hätten nur einen Rat frei, welcher Rat wäre das bei der Auslegung einer neuen Anlage? Ich würde auf jeden Fall immer davon ausgehen, dass es doch intelligente Kaschiersysteme sind, die eingesetzt werden müssen, die ein eigenes Erleben haben. Das heißt, die gezielt auf Antriebstechnik und auf Oberflächen ausgelegt sind, die auch den Prozess des Kaschierens dann ausdrücken. Das heißt, die Gleichmäßigkeit wird nur erreicht, wenn es dann auch Walzen oder Oberflächensysteme sind, die diese Garantie schon vorab abgeben. Ich beschäftige mich intensiv mit der Frage Individualisierung oder Standardisierung. Ihre Anlagen, für die Sie früher standen, sind große Anlagen oft gewesen, die Standardprodukte in Spezialanwendungen mit Spezialausstattung hergestellt haben. Ist das vielleicht ein Trend, der uns in der Lebensmittelverpackungsindustrie auch bevorstehen könnte? Können Sie da eine Einschätzung geben? Die Nutzensbreite wird immer größer, das ist völlig richtig. Man redet heute schon über drei- und vierfachen Nutzen und damit geht man in die Arbeitsbreite. Und mit Arbeitsbreite kommen natürlich weitere Mängel dann auf eine Fertigung einer Kaschiertechnologie zu, die man von vornherein ausschließen muss. Man muss natürlich dann auch die Anlage so stabil und sicher gestalten, dass die Qualität der zusammengeführten Lagen exzellent die Anwendung ausmacht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.